Sumpf. Ein Weg öffnet sich in den Blumen. Im Sumpfgebiet? Echt? Aber ich dachte, da kommt man nur mit dem... Ja, jetzt ist aber trotzdem die Frage aller Fragen. Wie komme ich durch diese Wand? Nein, da wollte ich nicht hin. Habe ich denn da jetzt alles gemacht? Oh jo. Da wollte ich nicht hin. Kann ich wieder zurück machen? Äh, links? Hey. Verschwinde. Ach, ich komme später dahin. Warum sagst du mir das jetzt erst? Wollt aber jetzt? Komme ich anders runter? Äh, nee, ne? Dieser Spoiler ist okay, weil sonst hätte ich jetzt Stunden hier verbracht. Äh, wie komme ich denn wieder zurück? Äh, Leute. Ach, da hinten. So seht ihr, wie die Link fällt. So, nein, nicht wieder da rein. Was? Dein Mordgehalt? Schluss, falsch, dass du 5 Euro verdienst. Wer gibt dir die 5 Euro, bitte? Frechheit. Oh, das ist ein Instrument der Sirene. Ich hätte nicht gedacht, dass du es wirklich findest. Dieses Instrument hat zusammen mit den 7 anderen die Kraft, den Windfisch zu weckeln. Du musst sie alle 7 finden und ich habe die Aufgabe, dir den Weg zu zeigen. Nun führt dich dein Weg ins Schleimsumpf im Norden. Und da war noch was. Ach ja. Uhu. Ja, was denn? Was ist? Ach so. Okay. Ach so, deswegen... Ah, ihr... Oh, Aua. Jetzt verstehe ich auch den Zapf. Ja. Was hatten ihr? Hey, Duda, es ist etwas ganz Schlimmes geschehen. Ja, ganz schlimm. Die Moblins sind ins Dorf gekommen. Ja, ganz viele. Eine ganze Gruppe von... Was? Miblons? Äh, Moblins. Dann sind sie zum Haus. Ja, dem Haus von Komet und der Frau. Sie haben etwas ganz Böses getan. Oh ja, das war wirklich... Das war vielleicht böse. Hm. Und der Beste setzt heraus, was geschehen ist. Okay, ich eile. Den Kreis mache ich jetzt nicht hinterher. Äh, nach. Hinterher. Ich bin echt müde. Es ist ersetzlich. Sie haben meinen Komet entführt. Die Moblins. Warum hilft denn keiner meinem kleinen Komet? Ciao. Die anderen Leute sind irgendwie alle voll entspannt. Warum? Das schwarze Loch. Ach so, das war das mit dem Angeln. Dafür ist die Musik aber jetzt nicht schön genug zum Angeln. Ich hab das Hund schon gehauen. Ich mach das nicht nochmal. Das war nur aus Versehen. Link, geh mal ins vierte Studio trainieren, bitte. Bearschst mich, oder? Ich weiß, ich hör das, wenn du da hinten grinst. Welches Hund? Muss das ein bestimmtes Hund sein? Oder darf es auch die Frau hier sein? Wie, aber mit 20 mal mit der Drehung, oder was? Du weißt ja nicht so, das oben? Das dich nicht bewegt, oder was? Ach so, das bewegt sich ja doch. Cat-No. 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 Lore. Hatock earnapackern plastics. Cat-no. Cat-no. Er schwindet. Batman-no. Cat-no. 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 die kommen ja immer noch habe ich die ganze zeit hühner bild das ist nicht nett über dein geld ich habe jetzt auch gedacht er verarscht mich auch nicht schon wieder das ist ja weiß ja schon Warte mal, hier ist der Zundf, gell? Was sagst du? Achso. Den gönnen wir uns. Was war hier jetzt nochmal? Achso, da war was mit verschieben und nicht stark genug. Oh. Hm. Ey. Nein, ich wollte angreifen. Warum drücke ich mal die falschen Tasten? Gib mal mein Schild. Wie? Was ist hier? Hallo, mein Name ist Dr. White. Ich schreibe gerne Briefe. Leider antwortet mir nie jemand. Oh Gott. Warte ich, warum? Ja, ich bin hier. Oh Gott. Ich bin hier ein Schild. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. tschüss weil du nie da bist ja heute auch nur eine ausnahme dass du da bist was für schwein lach ich gehe muss eigentlich noch ganz schön gut das muss ich eben nein da sollst du stream müssen uns das ja irgendwie aufteilen auch man wie er falsch was ist jetzt hier passiert ich habe mich also doch noch nicht weiter wo waren die hexen hat man die war hexe war hier da kämpft doch mal gegeneinander bin ich mal gespannt wer von euch dann gewinnt ich lerne das noch irgendwann mit den tasten da komme ich nicht durch ob kein karate das ist unfair der ist erkältet im moment das geht nicht da kann er kein karate noch ein paar säckchen holen jetzt musst du okay da kann doch noch karate nein das wollte ich doch gar nicht ich wollte mir das schild angucken das ist du kontakt und jetzt hier kommt auch noch nicht weiter das heißt muss jetzt das viele finden hier turnout jetzt hier 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 Oh, okay. Bin ich hier? Ich glaube, hier muss ich noch gar nicht hin. Gräber verschieben. Mehr. CFCs ruft. Das geht aber nicht. Da haben wir viel Spaß bei CFCs. Oh, das klappt ja gar nicht. Ah lol. War das jetzt Zufall oder kann man hier... Das klappt ja super. Das klappt ja super. Du hängst heute nur auf dem Schiff ab. Cool, hier komm ich nicht durch. Au! Ich glaube, das war echt äh... Loll. Hu! Achso, ne, unten bin ich auch lang gelaufen. Hier ist ja die Hexe. Bin ich denn dieses komische Vieh? Bin ich nicht lang. Wart mal, konnte ich hier oben. Dante, danke für dein Haus. Oh, konnte ich auch irgendwo lang. Hier kann ich schon rein. Wer ist Boris? Hallo Boris. Hm. Was willst du schon hier? Du kannst noch nicht reinkommen. Ich bin mitten in der Vorbereitung. Entschuldigung. Ich glaube nicht, dass ich hier schon sein soll. Au! 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 ui! Why? Eigentlich war doch die längste Mission den Schleimsumpf. Ist jetzt sehr gut, ich verklick mich nur immer. Ich weiß nicht warum. Ich, äh, Zorn und Beben verwechsel. Keine Ahnung. War ansonsten? Cool gemacht. Und sieht mega süß aus. Neeein! Schöne. War ich auch noch nicht. Hier wollte ich gar nicht hin. Ich bin aber noch, was die Wege so ein bisschen angeht, ein bisschen, äh, bewirkt. Aber noch keine Orientierung. So. Hat die denn irgendwas gesagt? Aber die hat nicht gesagt, wo er hin ist, ne? Au! Au, Entschuldigung. Kannst du auch noch nicht rein? Kann ja nur oben sein. Aber wo? 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 Ich bin echt blind. Muss er eigentlich im Zauberwald sein, weil, muss er sowieso durch den Zauberwald in der Theorie halt jetzt. So groß ist der Zauberwald doch gar nicht. Ey! Von zwei Seiten ist es unfair. Warum tue ich das eigentlich die ganze Zeit? So, wir gehen mal hier nochmal hin. Hier hatten wir ja jetzt gerade schon geguckt, ne? Genau, hier war ja das mit dem Sohn. Da kamen wir ja noch nicht weiter. Denke ich. Und hier war das hier. Okay. Au. Das ist doch in Ruhe. Warten wir hier? Der, der schreibt ja. Na, komm. Hier war ja eigentlich auch nix. Warten wir vielleicht nicht. Oh, okay. So, jetzt war ich aber eigentlich überall, oder? Hab ich hier irgendwas übersehen? Kann man näher reinzoomen? Ja, hier. Hm.